Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg, mein Name ist Carlos Martins, Sie hören uns live aus dem Trailer Slab Training Room. Es ist 8.39 Uhr und ich habe mich noch nicht umgezogen, bin noch in Sportklamotten, werde mich gleich dann umziehen. Also nicht, dass ihr denkt, das sind zwei Videos jetzt, sondern ich werde mich im Laufe dieser Trades heute Morgen noch schnell umziehen. Also starten wir. 8.39 Uhr, wir platzieren bei der Big Number und dem Daily Pivot den Trade. High Risk, immer Daily Pivot und Big Number zusammen, ist ganz große Patex-Gefahr, nämlich dass der Markt dort klebt. Also aufpassen, geringes Risiko haben wir 0,008. Wie sind die Vola-Boxen gestern gelaufen? Wir haben eine ganz, ganz kleine um 12 und wir sehen am Nachmittag wieder die gleiche Situation wie die letzten Tage. Nachmittags sehr schwierig der Handel. Morgens hatten wir hier die 19,5er-Box getradet, die ist direkt in den Gewinn gelaufen. Und auch hier nochmal für alle Club-Mitglieder, wir hatten ja gestern Schulung, Hedge-Auflösung und MTX. Hier nochmal das Regelwerk, alle Blue-Boxen in der Primetime. Und Primetime ist zwischen 8 Uhr und, sag ich mal, 11 Uhr. Und die richtige Primetime, ja, wisst ihr, 9 Uhr, 9 Uhr 40. Aber in der Zeit, wenn wir dort Blue-Boxen haben, die kleiner sind als 20, ja, kleiner sind als 20, dann können wir damit auch erhöhten Risiko arbeiten, beziehungsweise ich mit erhöhten Risiko arbeiten, wie eine Hedge-Auflösung. Das ist so, was wir gestern auch im Live-Inner-Schulung besprochen haben. Big-Number bleibt also jetzt der Trade-Stort. Die nächste Variante sind die Wohler-Boxen. Und hier sehen wir gestern, ja, diese Bereiche hier haben gut funktioniert. Aber auch da ist klar mittlerweile, wenn die Wohler-Box direkt um 9 Uhr zum Eröffnungspreis reinkommt, würden wir nicht mit erhöhtem Risiko handeln. Wir haben gestern, wer nicht dabei gewesen ist, gestern Abend für uns definiert, es soll mindestens 20, 30 Punkte entfernt sein von dem Eröffnungskurs. Dann kann man diesen Trade mit erhöhtem Risiko traden. Weitere Entfernung wäre noch besser, dass der Markt erstmal einen Move macht nach oben, damit wir dann die Gegenbewegung traden. Ja, sonst ist erhöhte Gefahr. Und wir haben es ja gestern gesehen, wir sind ja gestern in den siebten Trade gelaufen mit der Wohler-Box. Wenn der Markt um Daily Pivot und Big Number dümpelt, dann ist er erhöhte Gefahr für eine Aufschauklung. Das sind die Lehren aus dem gestrigen Handelstag. Wo kommt die Wohler-Box heute rein? Ist die Frage für alle, die einen Hedge-Auflösungstraight machen wollen. Und dann blicken wir mal auf unsere Wohler-Box. So, 15.681. Also ein ähnliches Szenario wie gestern auch. Wir kommen also um und bei diesem Niveau rein. Deswegen würde ich hier ein nicht erhöhtes Risiko traden. So, klares Regelwerk. 81 zu 66 wird der Trade reinkommen. Es sei denn, wir haben jetzt noch in den 20 verbleibenden 18 Minuten noch eine stärkere Bewegung. Die Trading Range heute Morgen einmal abgemessen. 39,68 Punkte ist ausreichend und ist gut, würde ich sagen. Ja, und dann starten wir. Wir starten heute mit dem Kryptos, mit Ethereum. Heute an erster Stelle. Also 4.023, wir sind auf Tagesbasis long. 4 Stunden long, Stunde short. 30 short, 15 long und 5 auch long. Also hier großen Zeitebenen eher long, kleinen Zeitebenen eher in der Erholungsmodus. Bitcoin hat sich verabschiedet von der 60.000er Marke. Wir sind jetzt wieder bei 59.100 und 45 Zähler. Auf Tagesbasis long. Auf 4 Stunden sind wir short, Stunde short, 30 short, 15 long und 5 Minuten auch long. Also da ist Erholung angesagt. Es geht weiter. Nächster Markt ist der Dow Jones. Daily long. 4 Stunden long, Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Nächster Markt, Technologiebörse, Nasdaq. Daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short. Also da ist auch klar die Richtung long. Kommen wir zu Öl, daily long. 4 Stunden short, da freut sich der Carlos. Strohhalm, sag ich nur. Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten long. Gold, gold, 1.800, daily long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Letzter Markt ist D1 long, D1 long, 4 Stunden long, 4 Stunden long, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Kurze Zeit Ebene eher short, oben eher long. Also ein bisschen unentschieden, dass die Wetterlage aktuell. Machen wir was draus. Wir gucken mal, wir machen mal den Chart hier etwas größer, gehen mal auf 15 Minuten. So sieht das Szenario aus. Hier die nächste Unterstützung, die ist bei 15,668, 15,77. Wir sehen es da, das High, dann wieder runter, mal gucken. Ja, wir haben heute Zinsentscheidung, wie ich gerade gehört habe, heute an dem Donnerstag. Also, gutes Gelingen, gute Wohler zum Eröffnungskurs. Wir warten jetzt, bis die Wohlerbox reinkommt. Wir warten, ob eventuell der Big Number Trade hier reinläuft. Und melden mich dann gleich nochmal. 15.671, der Markt ist und wird. Also, Pi mal Daumen, bei der Wohlerbox reinkommen. Wir sind bei 80, das heißt, wir werden heute mit geringem Risiko hier starten. Das nur zur Info. In fünf Minuten geht es in Frankfurt. Oder History Indikator rein. Sehen wir den, das war also der Eröffnungstraight. Zack, da sehen wir den jetzt. Wir sind dort long gegangen und nach der Box ist vor der Box. Wir platzieren das Ganze noch einmal, aber nicht als Hedge-Off-Lösung. Wir sind rechts auch mit der Big Number Short im Markt. Also, ich verabschiede mich von den YouTubern. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter, machen so ein bisschen Stretching hier, Box-Stretching. Und gucken mal, dass wir in einen guten Volumen, in einen guten Breakout reinkommen. Ja, und dann hören wir uns nicht morgen, sondern Montag. Morgen haben wir auch Webinar. Also Montag dann wieder in alter Frische. Schönes Wochenende. Bleibt gesund und gute Schritte.